im Gravel oh Gott ey bitte sprich mich nie wieder wieder verbrügelt einfach irgendwelche Leute und jetzt die Äther kommt da raus Ah Franz und äh wie ist das immer noch? Franz und Franz Franz, jetzt die Flammen mehr die sieht irgendwie ordentlich aus wo ich die Flammen mehr habe hab ich gemisset haha ja ja Na jetzt können wir hoch glaub ich da ist der Gegner also nicht der Gegner Gott glaub ich oh mein Gott mach ihn weg da ist keine Gewinne halten hier da zum schließen ne sich tot krass kiste ist da was bei dir? ne geile kiste die hat's nicht diese kiste die ist ja beeindruckend das ist ja verarschung vom feinsten soll das so? älster oder was? was sagt er noch was? also nur sehen, weil wir sollten hierher also ich glaube, es sollte nicht ich glaube, die Session ist weg umge lootable ist nicht gesporen, sagst du? das ist egal das ist nicht das Schlimmeres ne, jetzt glaube ich, umgekehrt, weil du da geschlüsseln musst wenn du in der Session bist, das ist scheiße ja, rück dich mal da rück dich mal da rück dich mal da drück dich mal da drück dich der ja 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 nein ich glaube, ohne Entschlüsse dann wird das ja, wenn du in der durchführt, dann ist das schlecht das heißt, wir müssten ja, wenn ich immer noch mal die Session neu laden naja, toll hab ich dir sehr schön ich kann auch den Fasch nicht unterfallen da kommen wir jetzt weniger nach Problemen ne, du stirbst und dann sponst du hier wieder oben also, wie ich mach das so ne? ja, ja, ein bisschen probiert äh, sterb nicht, ich werde dann bei uns dann hoch ne, du hast zugemacht ja, warte mal ähm, wir machen es noch mal weil es war nicht schön war ja ein ne, ne genau, eben wenn das nicht geht, dann fixe ich das anders haben wir spiel durchgespielt ja, haben wir so durchgespielt, ne wir haben die aber euch inwaltet stimmt ja, ne äh, dich kann ich ja nicht inwalten du kommst ja so ich fühl mich diskriminiert ja, ne warte, mir ist glücklich noch da bin ich doch, Alter, was willst du denn? ready, drücken bitte ne ich muss euch erst mühlen ne dann kann ich so gut, dass wir anderen zusammen haben ups hm warum ist eigentlich Kitter dran? der wascht ist schweidende Händen fach ne, ja, schau sie wo ich mir denke, ihr seid Level 32, ne wo seid ihr denn? Alter jetzt hab ich bei euch keinen Mark bei mir auch, du leh ja kannst du mich schieben, wenn du schon vorbeifährst hm 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 das Inventar haben wir den ja sowieso nicht also der ist ja nur der ist ja nur ist ja nur ein Objekt für 20 das ist super, dass ich stehe ich find das aus wer steht bei dir klar ja das ist small schieb mich nach rechts ok pfff ich war rechts geschoben Vielleicht hätten wir doch nicht erst da überspringen, sondern hätten wir rein sollen. Ah ne, hier können wir wollen. Du bist ein Profi. Der ist zu. Hm. Der einen weiter ist offen. Hörsch mich. Aber wir facken hier. Ja, das wird doch fack, oder? Ja, ich hab's nicht. 17. Da stehst du zu. Da stehst du zu. Da war wirklich kein Zahlen für die Erinnerung. Also bei mir ist, also... Krassel Verspuff. Moment, da stimmt überhaupt nichts. Warte mal. Jetzt ist der Fragment. Abliefern, aber wo? Hier irgendwo, ne? Aber wo? Also bei mir steht immer noch, warum flimmt, äh getötet und zulässig. Ja, das schlägt mir schon die ganze Zeit. Ja, das schlägt mir die ganze Zeit. Ja, das schlägt mir die ganze Zeit. Wenn ich den auch zurückwerfen bin, dann müssen wir alle da sein. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ne, meine Sachen sind hier alle. Ja, ich auch nicht, obwohl ich jetzt weiß. Ja, lecker. Arthur hat wenig. Wartó hat wenig. Achso hat die Tod gefunden. ja so können schwierig werden glaube ich und tobi geschaffen hat sich die kammerin wo ist der fange eingangs enden doch hinter mir hermann hat und sind beiseges rekt jungen daran gut es ist daran ist das spiel kaputt ist bei einer lekt von uns der team zu früh gedrückt das war ein scheiß verarschstuhl weil ich die öffnen wieder abgeschlossen standen also bei mir wenn das der fall ist würde ich einfach ein neues save game halt erstellen und dann ab dem punkt weitermachen aber ich schau mal vielleicht das jetzt ja auch gefixt ich kann krisseine kinder Das ist nicht so. Das ist nicht so. ist da aber noch eine anbotschaft und büchse für würden beziehen wir ihn noch mal hier jetzt hat das spiel wieder glaube ich mag er hat eigentlich gerne wäre ich die truhe geöffnet vorhin ich hier beide worte du hast Ich bin nicht mehr mit dem anderen Sektor. Ich habe das nicht mehr mit dem D-D-D-D. Ich bin nicht mehr mit dem D-D. Ja, ich bin nicht mehr mit dem D-D-D. Ruh ist jetzt oben gesprochen ich öffne die ich öffne die jetzt ja ja ich muss immer auch nicht mit jemanden hier mehr die soll mehr sein aber ich musste die öffnen ja wir würden die Sopps aber jetzt habe ich oben dass die Tante die jetzt nicht die Cloud und das ist nicht die ich habe sie nicht geöffnet ich habe es auch nicht ich habe sie nicht gegen wir anders und dadurch die was kaputt jetzt auch der letzte hier rein 3 ich habe sie nach der ersten Prozesse in der Nähe schließt das Spiel kommen wieder rein die Welt ist heute nicht das Jahr es habe ich da schon gelassen 6 März Leute ich bin für die Bühne hat ein bisschen das Spiel ist der Kacke was das angeht das ist schon lange vor der Spiele Ich weiß auch nicht, warum ich dich gefixt habe. Scheissiger. Kann ich ja mal mehr so überhaupt spielen. Ja, weiß ich auch nicht. Dann mal los. Was ist eigentlich los? Ist Stil wachsinnig? Die müssen ja da irgendwie zwei Kombüter schon gesehen. Die Siedlung kriegt schwer was ab. Sie senden Hilferufe an jeden und alles. Aber wenn sie Echo abschalten, kann ich nicht... Wie sind hier die ganzen Landsatoren? Ich hab hier mal eine Marke. Na, den hab ich auch. Ich hab eine andere Marke gemacht. Ich kann mich um den... Meiner... Claptop-Reparatur-Kit. Ja, mach das. Das ist einfach mal lieben. Wenn wir das abgeben können... Ist gut. Ich weiß nicht, ob du es abgeben kannst. Die machen einfach mal mit. Jetzt haben wir ja jetzt... Ich weiß nicht, ob du es abgeben kannst. Ja, mach mal. Und dann bringst du Claptrap. Der ist hier. Au. Die Killer. Ja, die sind schon heftig. Ich hab' das nicht. Ich geh' mich um den Killer. Ich hab' das funktioniert. Ja, Arthur ist grad nicht da. Vielleicht ist das wirklich dein Game irgendwann kaputt ist. Das ist eine beeinflusst. Das ist schlimm. Ja, das ist komisch aber. Alter, was ist denn? Nee. Warte kann doch nicht das hier. Nee. 1. Level ab. Level 34. Das Ende ist nah. Ah ja. Das ist... Ich komme. Ich renne noch zu dir. Vala Habibi. Kann man denn am Medicschrank sterben? Ja, wie kann das denn sein, du? Ja, ja. Weil wir einen Held schießt. Das ist so großartig. Das ist nicht angegessen. Das ist toll. Ja. Okay, wo muss ich hin? Da unten müssen wir. Dann gilt es Arthur. Ja, Arthur, unser Liebling ist da. Wir drehen weiter. Wir müssen eh zum Auto da oben. Ich wüsste mich nicht mehr als Marker. Hast du mich nicht mehr als Marker? Ja, ich hab mich nicht mehr als Marker. Also die Spielmaschine lassen. Ja, wir nähern uns den Ende. Man merkt, dass es kaputt geht. Ich find's schön hier. Bei mir... bei mir funktioniert es eigentlich. Das ist beim ältesten Piz. Der ist halt einfach für sowas schwer gemacht. Der fährt auf. Ich hab die Karre. Ich stöck. Ich hätt meine frische Hände. Und nicht so stark wie wohl. Ich komm mir jetzt nicht klar. Na, warte mal. Wir müssen uns ETP'n. Ist egal. Warte, ich fahr. Ich fahr mich da mal hin. Ja, ich habe keine Performance-Probleme, sagen wir mal so. Aber jetzt hast du andere Probleme. Das hier ist halt... Okay, wir zielen. Ah, das sieht hier schon eher nach zweitem Weg aus. Ich finde, das hast du toll gelöst. Ja, ich komme ja echt nicht mehr raus. Wie ein richtiger Chris. Also, jetzt kommst du nicht mit und bleib trotzdem stecken dann noch. Ich wollte den Spieler einfach das tut. Witzig. So, ich habe erstmal einen schwarzen Screen. Ich habe auch keine Waffe, die haben nicht jetzt. Wir sagen was. Keines Gefühlen, unzulässig. Zulässig. Ich sehe auch wie das beide... Gibt es auch mal andere Gegner? Ja, ich mag die. Beide. Der Spieler ist super mentales bewunden. Unzulässig ist immer super. Ja, das gibt es ja. Hier wahrscheinlich mal eine Quest haben, die uns geschafft haben. Das eigentlich gar nicht haben. Der Spieler bringt No. Deut salation macht, dass der Spieler einUSssch schrangen. ... Momentom. Wer sagt es? ... inf CV ist so gut. Inwiegend bitter. Ich muss gar nicht wenn Leute böse zu dir sind, dann verprügst du sie einfach plötzlich, wacke die ganze Halle ne, ich probe damit verloschen das wäre aber schon witzig mh eventuell, kommt das an ich hab's jetzt weniger ja, du brennst ja, die würde ich nehmen ok, würde ich nicht nehmen, die war viel zu lang zum schießen wenn ich die andere lieber ich bin schon mein, du gehst nicht zwei Waffenküsten das ist großartig na, Pistole, wieso kann ich dich nicht anwählen? ja, ähm, wir bräuchten alle gut, Arthur ist da, ok bin auch schon mal runtergesprungen ich brauch nix, hab alles die Beging die Grundy Becken Olympische Sportart mh hh 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 er wir sind gebraucht aber eine das külpungen und erweilig nun es geht mir um kommt Mecca ich bin mir nicht sicher Master McLeod, ja, schön. Warum halten die die hier auch eigentlich? Oh ne, jetzt bin ich nicht klar. Die Brennen noch zu Tode. Master McLeod ist auch fast gut, aber... Mein Burn ist schon nicht so schlecht. Master Pobi ist auch gut. Ja, denn ich bin Master Pobi. Amin. Ich werd' dich nicht... Wer will, Alter. Du, die nehm' ich, die nehm' ich, die nehm' ich. Gut, weiter geht's. Auf, auf und auf, aber das gibt's. Alter, kennst du Hure. Hahahaha. Gribbelst ihn fast nicht. Was, ey, was hältst du dir alles so aggressiv gleich? Weiß ich nicht. Gibt's ein neues Schild hier? Natürlich nicht, aber für Killers hier was tun. Bei mir steht da nix. Oh mein Gott. Hier steht an ner leeren Wand bei mir. Was soll? Wieso? Also ich kann interagieren, aber die Dinger stehen hier nicht. Wieso? 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 Da haben wir ja keine Leute stehen shirts? Und hier die Wache bzw. scheiße ist scheiße. Die Elimm offer? Lösuar. Also ich hab mir Schnau gehört, welche Gewalters geschehen wird nicht. Das kann ich Bobi nicht mal heilen. Geael, aber die ist nicht geil, ja. Nix ehrlich. Warum nehm ich überhaupt den Stopptwatz? ich bin super dass ich leben verliere obwohl ich hinter der wand bin ist auch das ist gewalt so peter naja ich kann da eh drücken aber da passiert nichts ich habe einen Gegner gefunden danke dass du nicht gekillt hast danke für die Schelfen warte wieso noch Gegner ne warte 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 ne warte ne warte warte guten tag guten tag oh gut ja ja gut also bist du ich wollte dich gerade aufkneem da ist Tennis jetzt habe ich einen Schock-Artefakt bekommen ist klar, hier brennt einfach alles ja, ist es nicht richtig? eigentlich nicht so ich habe noch eine Frage ah, unser Eco-Netzwerk war gehört das hängt in den PC, sagen wir ja ich habe die Vollfeuer weg hier haben wir drei Twitch-Diener, der Junge ich weiß, ich bin die Ball ist nicht mehr ich weiß, ich bin die Ball ist nicht mehr ich weiß, ich bin die Ball ist nicht mehr ich meine ich sterben ich sterbe schneller als Killer ich sterbe schneller als Killer danke ey das war die Wache ja, das war die Wache ja, stimmt ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe ach so okay, Moment lass mich kurz Claptrap spinken ich gebe euch Bescheid, wenn ihr zipin können, ja ich bin zipin, danke nein die Claptrap noch den Scheiß geben nein Claptrap, ne? mach ich auch mal gut gib dir mal ein C, Aua, das kann ich dir geben Claptrap ist ja nicht so weit weg, warte na na ach, es ist gut das könnte ich dafür Reflexe schon nicht weggegeben ne? hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm sag einfach Bescheid, Tobi sag einfach Bescheid, Tobi bei Menü so lange leider nicht nur scheiße okay ist krieg ein bisschen wenn es die alien die gesetzte spüren die gesetzte spüren knapp die gesetzte spüren du bist halt ein bisschen auf dich alleine geschehen geht mir ein bisschen zu schnell nicht die trennen da brauchst du glaube ich teure ne du brauchst hier elektronen elektronen hab ich da auch nicht ah nur voll ja der gibt es nicht klar ich weiß nicht wo müssen wir denn hier hin hier hin kann mich ehrlicherweise nicht mehr daran erinnern hier die scheiße ey danke danke ich hab keinen marken ja ich hab keinen marken ja mal auto auto war für mich zeichen der lang was höhle war das lautes junge hm das war ja mega laut hier in dem ah ich lieg ich stehe wieder auf schön ist mit diesem herstich dafür ne mhm 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 ich hab mal voll richtig mhm ich hab mal weg kotzen die oben ruhig ich mir jetzt äh griess Das ist ok. Immer Chachi-Chachi auf dich, ok? Mhm. Die Telekampf darf ich Chachi-Chachi kriegen. Ja, es gibt wieder eine XP.